Unsere Freunde hier bei TikTok, hier ist wieder mal Az168 und ist ja die Folie kurz hier, den kennt ihr vielleicht auch schon bei TikTok, da seht ihr mich doch Lanke 225, ne? Osko hier ist auch noch mit dabei, hier nennt man dich bei TikTok, Osko, add 222, oder? Ne, 2005. 2005 natürlich, ne? War ein Scherz, ne? Muss man auch machen. Und zwar starten wir jetzt eine Challenge. Wir schauen mal, wer die meisten Steine tragen kann, ne? Auf geht's. Wir fangen mit fünf Steinen an, steigen wir das Ganze dann und schauen mal, wer das Ding hier machen tut, ne? Osko, ziehst du gleich hinterher und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, wir fangen mit fünf Steinen an, ne? Steigen wir uns dann um jeweils einen Stein, macht dann sechs, haut das drauf hier, wobei wir die Steine so auf einen Stapel später nicht mehr tragen können. Wir haben uns die Steine dann auf zwei Stapel gehen, das heißt dann theoretisch, wir sind dann bei sieben, ja? Ups, können wir noch einen wegnehmen hier? So, so, packen wir es dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Lieber, die Steine bitte nicht runterspeisen. So, Leute, zieht ihr noch mit jetzt hier. Jetzt sind wir bei acht Steinen. Jetzt ist natürlich noch das Bandsuch. Das ist aber kein Problem. Ne, er macht das alles schnell auf, ne? Acht Steine, Jungs, acht Steine, Jungs, hier. Hey, Osko, acht Steine. Jetzt ist es dann bei neun. Neun, Leute, lauft extra hier lang, damit es auch seht, ne? Neun Steine, neun Steine. Hey, ihr dürft ja nicht einschlafen, ne? Ich weiß nicht, woher seid ihr? Ist das vielleicht die Arbeit im Wohlfahrt? Nein, wir sind ja bei Malochen. Nimmst du doch doppelt. Das ist ja jetzt. Jetzt sind wir bei zehn, ne? Ja. Leute, wir sind bei zehn Steine. Zehn Steine. Zehn Steine. Zehn Steine. Jetzt steigen wir uns jetzt mittlerweile auf elf Steine. Jetzt alles schön durch. Ja, mal. Elf Steine. Elf Steine. Wie viel? Elf Steine. Wie viel wollen sie machen? Jetzt sind wir bei zwölf Steine. Zwölf Steine. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Jetzt kommen wir, glaube ich, langsam an unsere Grenzen dran. Zwölf. Geht mal. Und dann bin ich noch immer weiter. Zwölf Steine. Ja, da hängt ein bisschen nach, Jungs, ne? Irgendwie hängt danach fast nicht. Keine Ahnung. Also wir sind jetzt schon bei 13 Steine. Zwei, drei, zehn, zwölf. 13 Steine. Tja, la, 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 la. 13 Steine. Tja, la, 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 la. 13 Steine. umlaufen jetzt, ja? 14 Steine. Hey, nicht wegschmeißen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, 14. Leute, ich denke mal die Palette reicht vielleicht gar nicht. Das ist aber die Challenge automatisch beendet, ne? Ach so, 14. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam an unsere ganzen Schuhe, oder Jungs? Was denkt ihr? 14 Steine und Schuhe sind mega Hammerkei, ne? Oh, das geht immer noch. Was machen wir da? Wir können jetzt eigentlich, wir machen noch 15 Steine, aber da würde ich sagen, da hören wir auf, mit Hilfe von dir einfach noch Steine weg, weil die reichen ja nicht mehr. Wir sind davon ausgegangen, dass es passt. Aber es passt nicht. Wie fangen wir jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Wie viel brauchen wir dran? 15. 15 Steine, ihr seid doch Hammermäßig mega, mega geil. Jo, ihr braucht Steine hier. Steine Leute, das ist die letzte Runde. 16. Leute, ist das nicht mega? 16 Steine. Wer schafft das hier? Ich weiß es nicht. Jetzt weiß eigentlich keiner, ob das einer schaffen tut hier. Das ist wohl schon mega. Ich habe gesagt, das ist Hammermäßig gewesen. Ich glaube, wir sagen die Jungs und alle Plattener. Leute, haut rein und ciao.